Hm, meine super Gemüsepfanne, Olivenöl, Rote und Weiße, Zwiebel angebraten, Sellerie dazu, Schwitzpaprika, Kartoffeln, was haben wir denn noch? Hm, haben wir gar nicht mehr. Aber hier, ich esse gerade Eischkuchen, also so roh. Hm, Karotte habe ich auch ein bisschen Würfchen gegessen. Ah, Kartoffeln sind noch einmal, das sind noch Spaghetti von gestern, und die kommen wir mit zu. Ah, Kartoffeln sind wir auch noch dran, ja klar, das sind wir ganz vergessen. Hm, lecker, 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 lecker. Hm, 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 hm. So, dann machen wir noch ein bisschen drauf. Hm, hm, hm. Oh, hm.